Frauen. Sie sind sexy. Sie sind begehrenswert. Wenn du bei mir bleibst, dann stirbst du. Ich sterbe sowieso. Sie sind clever. Das wäre die harmlose Version, ja. Stehst du auf Frauenhandtaschen? Sie sind kompromisslos. Und sie schrecken vor nichts zurück. Das ist so gut wie toll. Verstehst du diese Botschaft? Das wirklich starke Geschlecht in Action. Geballte Frauenpower. Im März. Auf Teleklub Star.